Ein bisschen mühsam ist es aktuell mit den Charts ja schon. Der Markt geht runter, dann geht er wieder hoch. Beide Seiten ringen immer noch um die Vorherrschaft. So richtig sind die Bären noch nicht am Drücker und die Bullen noch nicht im Aufgeben und umgekehrt ebenso. Aktuell ist die Bewegung nach oben. Insofern liegen wir mit unserem Trade des Tages bzw. dem Vorschlag beim S&P 500 gar nicht so falsch mit der Longseite und hoffen mal, dass es da noch ein bisschen weiter nach oben geht. Ansonsten, wie soll man das Ganze einschätzen? Es ist ein ewiges Hin und Her. Aktuell ist der Kurs noch in dieser Unterstützungszone. Wir haben sie gestern mal angesprochen. So richtig dickfett ist sie nicht, aber immerhin eine gewisse Unterstützung. Und scheinbar haben Marktteilnehmer gesagt, wenn wir da mal was liegen haben, dann nehmen wir das wahr. Das ist gar nicht so außergewöhnlich, denn die letzte Zeit hatten wir das häufig, dass wir einfach mal schnell zügig nach oben gelaufen sind. So auch jetzt aktuell, das ist eine relativ zügige Bewegung. Ja, wenn es denn so sein soll, ist ja in Ordnung, dann haben wir da ja auch überhaupt nichts dagegen. Schön ist es, wenn es jetzt, wenn es überhaupt nach unten kommt, eher korrektiv ist. Wir hatten das so ein bisschen hier im Nachthandel, da kann man so halbwegs sehen, dass das eher so korrektiv verhalten ist. Hier so inzwischen durch mal sieht man, dass die Rücksetzer doch eher eine korrektive, also entweder dreiwillige oder überschneidende Struktur haben. Aber so richtig festhalten, was das große Bild angeht, will man oder vermag man sich daran offensichtlich noch nicht. Jetzt eine Nummer größer wäre natürlich ganz schick. Vielleicht jetzt nicht mehr vor dem Wochenende, aber nach dem Wochenende dann irgendwie sowas. Könnte dann wunderbar noch mal eine Fortsetzung nach oben eben bringen. Das wäre zumindest mal eine denkbare Idee, wie so ein Verlauf entsprechend noch aussehen kann. Wir werden es sehen, wie heute die Marktteilnehmer gegen Handelsende damit umgehen, ob sie sagen, naja, endlich geht es mal hoch. Ich habe mich jetzt entschieden, ich bleibe long. Oder ob die Marktteilnehmer am Ende des Tages, also vor dem Wochenende, also zu der Zeit, wo man dann auch mal Risiko tragen muss, ohne dass man sich gegebenenfalls stoppen lassen kann, ob die Marktteilnehmer gewillt sind, das zu tun, oder ob sie sagen, ich nehme lieber mit, was wir heute im Laufe des Tages bekommen hatten. Oder seit gestern eigentlich, denn seit gestern Vormittag sind wir in einer Aufwärtsbewegung. Die war am Anfang noch sehr korrektiv. Ihr seht das, da haben wir noch gesagt, wenn er jetzt nach unten triggert, ja, wäre das eigentlich ein ganz gutes Zeichen. Er hat aber nach unten nicht getriggert. Insofern ist es vorläufig bei einer Aufwärtsbewegung geblieben. Die hat sich bis heute, bis zum aktuellen Zeitpunkt mehr oder weniger ja fortgesetzt. Also mal sehen, ob am Tagesende die Marktteilnehmer mutig genug sind, eben nicht massiv abzuverkaufen, sondern zu sagen, nö, ich bleibe da tapfer drin, ich schließe doch nicht vor dem Wochenende. Das wäre zumindest mal ein starkes Zeichen, wenn die Marktteilnehmer das nicht tun würden. Na gut, also unsere Long-Idee, die ist damit erstmal zumindest auf der richtigen Seite. Ob das so bleibt, werden wir natürlich sehen. Der Nasdaq, da gibt es auch nicht wirklich viel zu sagen. Das ist nochmal die Unterstützungsmarke, die wir da jetzt nochmal als Ersatzmarke hatten. Eigentlich haben wir ja hier oben schon gesagt, wäre schon ganz schick gewesen, wenn der Markt dreht. Okay, ansonsten ist das Bild hier relativ ähnlich. Da ist zumindest mal jetzt vom Anstieg auch nichts gegen auszusetzen. Also der Anstieg ja relativ stark. Korrektive Rücksetzer entsprechend würden noch nachträgliche Einstiegsmöglichkeiten geben. Es sollte aber korrektiv sein, sprich dreiwellig oder eben mit Kursüberschneidung. Und triggern in irgendeiner Form und wenn es auf der kleinsten Ebene ist, aber das würde ich auf jeden Fall besser finden, dann hat man auch die Möglichkeit dort gegebenenfalls mit den Stops besser zu operieren. Ansonsten kann man hier nicht so arg viel Neues dazugeben. Die Situation bleibt, so wie angesprochen, sehr volatil in beide Richtungen letztlich. Solange es aber bis zum Tagesende nicht zu großen Abverkäufen kommt, gilt vorläufig erstmal die Long-Vermutung und die nächste Zielseite auf der Oberseite. Ja, vielleicht sogar 12.400, irgendwie sowas in den nächsten Tagen. Ganz abstrus wäre es ja nicht. Und dann wird wieder neu entschieden, ob die Marktteilnehmer sagen, jetzt sind wir hier, jetzt gehen wir weiter, dass es dann zu einem Durchbruch nach oben kommt. Denn das im Verhältnis zu so einer Bewegung ist ja eher eine Aufwärtssituation. Also von der Seite aus gar nicht so abwegig, dass wir zumindest vorläufig dann doch nochmal die Aufwärtsrichtung dann fahren. Achtet darauf, dass dann die Abwärtsbewegungen entsprechend korrektiv sind. Na gut, was macht der Dow Jones? Trotzdem ist damit das Thema 32.000 vom Tisch. Nö, das hat damit erstmal noch nichts zu tun. Es ist denkbar, das ist jetzt nur mein Gedankengang, dass wir in dieser Abwärtsbewegung, die wir hier haben, jetzt gerade eine Pause machen, später da nochmal einmal runter gehen. Mir wäre es eigentlich lieb und zwar nicht aus Boshaftigkeit oder Rechthaberei, sondern weil viele dann, die rein technisch unterwegs sind, sagen, jetzt sind wir da. Jetzt haben wir ein neues Bild wieder. Alles, was davor ist, lässt dann wieder raten, kommt es jetzt noch oder kommt es nicht. Geben wir jetzt doch erst nochmal so und irgendwie danach runter oder machen wir das nochmal anders. Also insofern sind klare typische Bilder eigentlich besonders beliebt, weil die meisten Marktteilnehmer dann sagen, damit kann ich was anfangen. Da springe ich dann mal mit auf. Ansonsten gilt hier das Gleiche, zumindest zeitweise. Hier war mal relativ stark, das ist korrektiv in der Nacht gewesen, jetzt die Fortsetzung. Jetzt machen wir hier wieder so eine eierige Pause, die blöderweise dazu führt, dass wir jetzt wieder abwarten müssen, wenn es jetzt wieder mal korrektiv runter geht. Neue Einstiege sind nochmal nötig. Ne, nötig, weiß ich nicht, aber möglich. Natürlich, wenn der Kurs scharf runter geht und wackelig hoch, naja, dann ist das vielleicht nicht die richtige Richtung. Vorläufig zumindest mal würden sich dann nochmal Shorts anbieten. Aber je nachdem, von welchem Startpunkt und in welcher Größe das passiert, das muss ja nicht ganz so groß sein, wie ich es jetzt hier eingezeichnet habe, wenn das hier dann passieren würde. Die Abwärtsseite würde dann ja ein Korrektivbild wieder bringen und Trigger auf der Oberseite die Longseite. Zu mehr vermag ich ehrlich gesagt gar nichts zu sagen. Im Moment halte ich im Übergeordneten durchaus die 32.000 noch für sinnvoll und für machbar hier, was das angeht. Aktuell für heute Nachmittag wohl sicherlich nicht mehr und vielleicht erst wieder irgendwann in der nächsten Woche oder vielleicht auch Ende, weiß ich nicht genau, der nächsten Woche. Diese Marke ist also noch nicht vom Tisch, kann man nicht sagen. Also auch der Anstieg, den wir hier haben, ist da noch kein endgültiger Beweis, dass das durch ist vom Szenario her. Und der DAX? Tja, der DAX, wir hatten es gestern schon mal angesprochen, der hat zumindest mal pünktlich noch mal Halt gemacht hier in dem unteren Bereich. Also alles noch nichts Schlimmes passiert. Das Ganze ist ja ein sehr korrektives Muster, weshalb wir ein wenig die Idee haben, dass die Aufwärtsrichtung zumindest vorläufig noch eben gültig ist. Das hat sich jetzt offensichtlich bewahrheitet. Wer an der Unterseite auf eigene Faust mal gesagt hat, ich versuche hier meinen Long, warum nicht? Jetzt ist es ja unterwegs nach oben. Insofern das ganz gut. An sich gefällt mir der Anstieg hier so gut, dass ich jedwede Korrektur, die in einem vernünftigen Ausmaß hier abläuft, nutzen für nochmal die Long-Seite. Und theoretisch, ich mache das mal hier auf diesem Ding, also ein Rücksetzer in diese Größenordnung wäre jetzt eigentlich perfekt, weil das wäre jetzt das richtige Bild von der Größenordnung. Theoretisch könnte man jetzt sagen, komm, ich gehe jetzt an der Stelle jetzt hier Long oder bin jetzt quasi gerade Long gegangen, weil wir hier so die letzten Zwischenhochs gerissen haben. Da kann man doch die Long-Seite jetzt favorisieren. Das einzig Problem ist in diesem Chartfenster, ich weiß nicht genau, wie weit das noch nach oben geht. Es gibt durchaus, ihr seht, wir haben hier so ein paar Szenarien mal durchgespielt. Das muss jetzt nicht das Perfekte sein, aber wir haben mehrere Szenarien mal durchgespielt. Es wäre auch noch möglich, dass jetzt möglicherweise erst die fünfte Welle hier nach oben noch kommt, also es noch ein gutes Stück nach oben geht. Aber über die Länge, da kann man im Moment nur rätseln, wie weit es ist. Wir sind schon sehr stark gelaufen, ein Rücksetzer wäre eigentlich durchaus an der Zeit, aber es gibt natürlich auch mal Übertreibungen in eine Richtung, dass dann diese Korrektur dann eben erst später kommt. Also diese Korrektur wäre dann sozusagen das Pandor, was wir hier so halbwegs mal so angedacht haben. Also im Moment sehe ich es noch nicht, dass man unbedingt auf die Short-Seite wechseln sollte. Hier den Einstieg im 4-Stunden-Chart finde ich nicht so optimal hier jetzt auf dem Ding, weil mir die Zielmöglichkeiten fehlen. Aber im 15-Minuten-Chart würden wir ja ohne weiteres, wenn wir sagen, das ist doch jetzt hier der Anstieg, nehmen wir mal an, dass diese Korrektur käme jetzt. Bitte, das ist jetzt keine Ankündigung. Guck mal, Rüdiger geht davon aus, der dreht jetzt sofort. Nein, nein, das muss abgewartet werden. Es kann ja sein, dass er erst noch bis dahin weiterklettert und dann erst diese Korrektur kommt. Das weiß ich nicht. Aber um euch das Muster zu verdeutlichen, nehmen wir mal an, es würde jetzt sofort drehen und dann kommt diese Korrektur, dann hätte man entsprechend hier ganz gute Einstiege und da wären dann zumindest die Chance-Risiko-Situationen für diesen Trade ja gar nicht so schlecht. Also insofern wäre mir das lieber, als jetzt hier irgendwo auf dieser Stelle schon long zu sein und dann, wenn ich Pech habe, kommt dann erst mal das. Das heißt, ich habe eine gewisse Zeit, die ich dann brauche, bis der Kurs dann wieder auf dem Niveau ist. Und wenn ich Pech habe, macht er dann wieder steil runter, denn steil hoch konnte er da auch schon. Steil hoch konnte er da auch schon. Kann durchaus sein, dass dieses steil hoch eben nicht zu meinem Wunsch-Szenario-Korrektiv führt. Dann würde ich auf jeden Fall die Long-Seite bevorzugen und das sind klare Einstiegsszenarien. Wenn er das aber wieder nicht macht, so ähnlich wie hier, so ähnlich wie hier, dann also stark nach unten geht, ja gut, dann ist die Long-Seite ja sowieso nicht irgendwas, wie ich mich triggern kann. Ja, aber wenn ich schon long bin, dafür gilt natürlich nach wie vor, zieht eure Stops hinterher. Ob das dann unbedingt so eng sein muss oder vielleicht dann eher ein bisschen weiter im Stunden-Chart, das könnt ihr euch dann überlegen. Je nachdem wie viel, wie eng ihr das Ganze absichern wollt, könnt ihr das euch überlegen. Super, er hat jetzt hier seine Ladehemmung im buchstäblichen Sinne. Dann sind die Stops natürlich, wenn ihr andere größere Zeitebenen habt, weiter weg. Das müsst ihr euch überlegen, was euch da lieber ist. Ich glaube irgendwie 15 Minuten ist arg eng. Kompromiss wäre vielleicht so im 30-Minuten-Chart. Dann muss man auch nicht ganz so häufig ran und hat die Möglichkeit, den Stop einigermaßen passender hinzusetzen, wo man ihn gerne hätte. Also insofern, das wäre eine Idee. Wenn dann wirklich nämlich der Kurs so geht, dann sagt man, war jetzt nicht so schön, ich hätte noch mehr gerne gewollt, aber ich habe meinen Spaß hier auf dem Weg nach oben zumindest teilweise gehabt. Das jedenfalls würde ich euch wünschen, dass ihr euren Spaß schon hattet oder noch haben werdet. Dafür drücke ich euch die Daumen. Das Wochenende bietet sich nahezu perfekt dafür an, Spaß ein bisschen zu haben, notfalls mal abzuschalten von den Börsen. Aber nächste Woche geht es natürlich weiter an dieser Stelle. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Toi, toi, toi und sage ganz liebe Grüße.